Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute wollen wir uns nochmal ein bisschen mit Zip beschäftigen und zwar mit dem Gegensatz davon und zwar Anzip. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf L3 Anzip anwende, Anzip von L3, was kommt dann wohl dabei raus? Und das wird heute jetzt ein sehr sehr kurzes Video, weil ich euch einfach nur zeigen möchte, wie man Anzip verwendet und dass es eben ein Anzip gibt. Und ja, eigentlich gar nicht mal so schwer. Was kommt dabei logischerweise raus? Naja, L3 gleich und jetzt gibt es zwei Ausprägungen von der Geschmacksrichtung hier und zwar zum Beispiel, achso, wir müssen hier natürlich noch irgendwie was hinschreiben, zum Beispiel L4 gleich und dann haben wir L4 sieht aus entweder zwei Listen, also es kann natürlich nur eine Ausgabe hier geben und zwar zum Beispiel eine Liste aus zwei Listen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel auch die Möglichkeit dann 1, 2, 3 und 3, 4, 5 wieder rauszukriegen. Das heißt, wir haben wieder die ursprünglichen Listen L und L2 herausgefunden. Das heißt, wir haben sie sozusagen geanzippt, weil wir eben sozusagen hier jedes Element, also immer das erste Element, das ist das erste Element und das haben wir in eine Liste gesteckt und zwei, äh, ups, das muss natürlich in ein 3 sein, sorry, habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, 3, 4 und 5 muss natürlich dann auch in eine Liste. Und jetzt gibt es eben die zwei Geschmacksrichtungen, hier einmal das Ganze als Liste wieder rauszugeben oder aber als Tupel wieder rauszugeben, wobei natürlich hier die, naja, der Unterschied ist relativ klein. Man kann mit beiden ziemlich genau gleich arbeiten. Hier muss man vielleicht aber darauf achten, dass man hier jetzt nicht einfach neue Werte hinzufügen kann, aber weil man das normalerweise, also so eine gezippte Liste kriegt man oftmals irgendwie als Rückgabewert von der Funktion oder sowas und dann unzip drauf anwenden, da möchte man eigentlich eh nicht neue Elemente hinzufügen, sondern einfach ganz normal weiterarbeiten mit den Werten und dann funktioniert es auch wunderbar. Okay, ähm, deswegen hier unzip als super gute Funktion, falls ihr irgendwann mal solche gesippten Listen hier rausbekommt und vielleicht darauf arbeiten wollt und eben nicht die gesippte Variante braucht. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.